Ab jetzt wollte ich eigene Dinge auf die Beine stellen, zum Beispiel Maison La Radio gefiel mir immer noch sehr gut, aber ich habe gedacht, wie wäre es, wenn ich meinen eigenen Radiosender hätte und mit Jérôme und Jean-François haben wir gebastelt. Jérôme kannte sich sehr gut aus mit Elektronik, wir haben alles verkabelt und wir wussten, wenn wir jetzt drücken, sind wir auf Sendung. Wir haben einen eigenen Radiosender gemacht, komplett ohne Genehmigung, so macht man das in Frankreich. Und wir haben gedrückt, bei drei, eins, zwei, drei, Klick. Wow, wir haben unseren eigenen Radiosender. Erst in dem Moment haben wir bemerkt, wir haben unseren eigenen Radiosender, aber wir haben keine Ahnung, was wir sagen wollen. Wir haben Radio gemacht ohne Inhalt. Heute machen das alle, aber wir waren die Ersten. Das haben wir erfunden. Vielen Dank.